Hallo liebe FTH-Freunde. Ja, ich habe wieder die Box dabei. Wir sind es wieder von Akustik Storm aus unserem heimischen Musikstudio im Raum Thübingen. Und ja, auch diesmal wollen wir die Mannschaft musikalisch unterstützen beim nächsten Heimspiel gegen, was ist in der Wunder? Was ist in der Kiste drin? Da schauen wir mal. Und das wird sein Erzgebirge Aue. Ja, das muss eine Revanche sein. Revanche mindestens 1 zu 0. Absolut. Deswegen Ole, Ole, Ole. FCH, auf den Sieg. Toi, toi, toi. Okay. Ciao. Ciao. Süden unserer Republik, da gibt es eine Stadt, die an der Prenz gelegen, so viel zu bieten hat. Das Herzstück ist ein Fußballklub, langer Tradition. FC Heidenheim, deine Farbe weiß rot blau, sie blüht in meinem Herzen, das weiß ich ganz genau. FC Heidenheim, der beste Klub der Welt. FC Heidenheim, der beste Klub der Welt. FC Heidenheim, der beste Klub der Welt. So, auf den nächsten Sieg. Nur der FCH. Genau. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.